Das ist jetzt unsere Vorgabe. Die Kurve startet eigentlich bei 6.200 und wird bis knapp 6.800 durchgeführt. Wenn ich mal ganz kurz hier rüber gehe. Wir sehen, wir sind jetzt gerade bei 6.717 Fuß. Das heißt, wir bohren gerade die Kurve, was dann ins Waagerechte rüber geht. Noch einmal. 6.717. Also wir sind jetzt ungefähr hier. Alles läuft planmäßig.